Team-Manager Gareth Southgate hat England im Sommer erstmals nach 28 Jahren in ein WM-Halbfinale geführt, die Ansprüche des Relines auf einen festen Platz im Kreis der großen Fußballnationen wuchsen damit. England präsentierte sich in Wembley auch auf Augenhöhe und ging nach einem sehenswerten Konter in Führung. England kam in der Folge lange Zeit nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.Herry Keen, der vor dem Anpfiff den goldenen Schuh für den besten WM-Torschützen erhalten hatte, trat selten in Erscheinung. Einem Treffer von Danny Wellbeck wurde in der Nachspielzeit wegen eines Foulspiels die Anerkennung verwehrt. .